Weil ich mir gedacht habe, es gibt ja genügend Leute, die zu gleichen Themen viel interessanter schreiben. Lassen wir halt die erst einmal an sich abkaspern und dann, wenn die schon gut gemacht haben, da brauche ich nichts mehr nachgeschrieben. Aber es gibt mit Sicherheit irgendwann einmal ein zweites und ein drittes Buch, weil die Titel stehen fest, also die sind mir diktiert worden. Und nachdem das mit dem ersten Titel so geklappt hat, denke ich, kommt das andere, das zweite und dritte auch von ganz alleine. Wie heißt der Titel? Wir sind zu spät gekommen, oder? Das Buch heißt, das Licht in der Finsternis. Das ist sehr gut, ich habe es schon gelesen. Also ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich gut. Ja, dann bedanke ich mich ein zweites Mal. Schön, dass Sie bei mir waren. Und ich wünsche Ihnen noch einen besonders interessanten Tag. Hier in Ergolding. Ich bin selber das erste Mal da. Und dann schauen wir mal, was uns der Tag so bringt. Sind Sie morgen einmal da oder so? Nein, ich bin ja heute am ganzen Tag da sauber. Morgen in der Früh denke ich, mache ich dann mal. Schau mal, was die Familie so treibt. Weil morgen ist ja Silvester und das sind auch wieder so besondere Energien. Also, ich brauche wegen meiner Ruhe und das Alte auch gut abzuschließen und mich aufs Neue vorzubereiten. Gut. Gut. Vielen Dank.